Einen schönen guten Abend. Es ist wieder Mittwoch, 19 Uhr, trifft es wieder live. Leute aus Davos. Davos? Wo ist denn Davos? Ja, Davos, so schön. Ach so, Davos. Guck mal, ich bin heute so ein bisschen, ja, die Farbe ist heute ungünstig, ne? Das sieht ähnlich, ich weiß zwar nicht, wie... Ja, egal, heute grusel ich mal ein bisschen, ist auch in Ordnung, ist nicht so schlimm. So, schönen guten Abend, jetzt sind wieder so viele schöne Leute mit dabei hier. Peter Flop, lese ich schon, Quick Mic, alle mit dabei. Sogar erste Nachrichten hier, zum Beispiel der Sneedlewoods TV. Ja. Ups. Was hast du gesagt? Moin aus Hamburg. Moin zurück. Moin aus Worms lese ich schon. Servus. Grüezi miteinander. Der Knöti. Grüezi. Moin, moin. Sehr schön. Wieder viele tolle Leute mit dabei. Der Nijo. Oh, erste Nachricht hier von Manta, Max88, Tacho. Ja, moin. Schau dir den Namen vorher an, wo du es vorliest. Ja, ich hab nur es nie und dann hab ich gesagt, ist auch egal jetzt. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen schönen Wochenstart bisher und ja, was haben wir heute, Peter? Habt die Ruhe genossen, jetzt die paar Tage, wo man nichts war. Stimmt, es war ja so ein bisschen Doc-Pause bisher, ne? Ja, also einige haben es genossen, andere nicht. Ja, es wird ja nochmal so ein bisschen hin und her diskutiert und es wird auch schon vorgeschlagen, ja, ob man es nicht dann vielleicht doch ein bisschen öfter machen könnte, die Docs, weil den einen oder anderen dauert es ein bisschen zu lange, die Pause dazwischen. Aber die Meinungen gehen da so in zwei Richtungen. Also ich hätte fast gesagt, das ist so eine 50-50-Aufteilung, ne? Viele sagen, ey, das ist jetzt richtig gut, jetzt komme ich auf jeden Fall immer dazu, diese Docs zu fahren, weil ich einfach genug Zeit habe. Man hat auch genug Zeit zum Üben, um besser zu werden und so weiter. Und andere sagen, okay, das ist mir ein bisschen langweilig, ich will mehr fahren, ich will mehr machen. Wir haben auch die Diskussion nicht mehr mit dem Streicher jetzt, das ist auch gut. Also wenn wir jetzt halt drei Wochen haben, wo man fährt, hat eigentlich jeder die Chance, bei jedem Lauf mitzumachen. Außer unberundet die Welt, dann sind wir eh neidisch und dann hat er Pech gehabt. Aber ansonsten passt das Ganze. Genau, aber ich denke auch, dass wir erstmal bei diesem, jedenfalls für diese Season jetzt, werden wir noch bei diesem Prinzip bleiben, dass wir das so haben, wie wir es jetzt gemacht haben, ne? Auch ein bisschen länger wie die Season, also ein halbes Jahr Minimal. Ja, denke ich auch. Also wir werden ja gar nicht dran, andere zu diskutieren. Genau, dass wir das auf jeden Fall noch durchziehen und dann können wir immer noch schauen, wenn dann immer noch die Mehrheit noch sagen sollte, okay, vielleicht ein bisschen öfter, dann werden wir es vielleicht nochmal umsetzen. Aber aktuell werden wir es erstmal so beibehalten. So, Ikognito Spider, danke für deinen Price-Up! Klasse! So, also, kommen wir zum Tagesgeschehen. Wir haben einen neuen Lauf für euch und ja, was soll man zu dem Lauf sagen? Peter meinte erst, was ist das denn für ein Männchen? Und dann meinte ich so, ja, wie... Achso, für mich sieht es aus wie, du hast wieder ein Schmetterling gesehen. Ja, ich habe ein Schmetterling gesehen. Also, ich habe mir das Ding angeschaut und dachte so, Mensch, der sieht auch so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. So, das hat einen Kopf und zwei Flügel und könnte auch ein... Tatsächlich könnten es unten auch Beine sein. Jetzt fragen sich die Leute, hä, was, 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 was? Christian guckt auch gerade schon, was sehen die denn da, hä? Ihr könnt entscheiden, ob ihr da ein Schmetterling seht oder ob ihr da ein Männchen drin seht. Christian, tatsächlich muss man es andersrum sehen. Also quasi von der Wand aus. Ah, das Männchen steht bei dir auf dem Kopf. Das ist so der Stummkind-Rohrschacht-Test jetzt hiermit. Genau. So, auf jeden Fall. Ja, wir zeigen es euch einfach mal, wie das Ganze nämlich aussehen wird. Wollen wir direkt rein? Ja, nicht? Okay. Dann habe ich jetzt hochgeschlossen. Hat keiner gesehen. Wir haben keinen Lauf, den wir irgendwie wieder zeigen müssen, weil das haben wir letzte Woche schon gemacht. Wir sind ja jetzt entspannt. Wir haben heute die Laufvorstellung. Deshalb können wir jetzt ganz entspannt und in Ruhe über diesen Lauf hier quatschen. Hier seht ihr das neue Bild, den neuen Lauf. So sieht das Ganze aus. Und ich finde, es hat so ein bisschen was von einem Schmetterling. Männchen. Ein Schmetterling-Männchen. Schmetterling-Mann, der neue Marvel-Held. Genau. Leute, ihr seht schon ganz viele verschiedene Targets. Es grüßt der Gymkhana-Modus auf jeden Fall. Es wird wieder heiß um die Punkte gefightet. Und ja, was soll man da jetzt noch groß zu sagen? Also, das Ganze geht los. Ihr seht das schon. Hier ist der Startbereich vor der Start- und Ziellinie, sodass ihr nach jeder Runde einfach wieder einen neuen Lauf starten könnt. Überhaupt kein Problem. Das Ganze geht los. Es wird direkt erstmal eine 360 gefahren. Um den Kopf rum, ja. Genau. Das könnte der Kopf sein. Und das sind halt diese Flügel, ne? So. Es geht um den Kopf rum mit dem 360. Batman. Auch eine gute Idee. Angel Drift. Oh Mensch. Die haben so schönen Namen hier als Vorschlag. Und ich habe einfach nur den Gymkhana-Fly. Ist auch egal. Passt. So. Auf jeden Fall. Das ist halt doch der Gymkhana-Guy. Ich sag so. Geht es um den Kopf rum. Dann über den Angle Drift. Da kommt er richtig schön quer drüber brettern. Dann geht es hier unten lang über den Speed Drift. Schön mit Schwung rüber. Hier ist es ein bisschen tricky, die Stelle. Tatsächlich durch diese, ja wie soll man das sagen? Durch diese herausstehenden Banden. Bizeps? Irgendwie der Bizeps, genau. Der hängt ein bisschen nach unten, würde ich sagen. Müsst ihr hier schon ein bisschen umsetzen. Aber es funktioniert. Über den Speed Drift schon mit Schwung. Dann rechtzeitig wieder abbremsen, um nicht zu weit hinten rauszukommen. Dann geht es hier über den 180. Nochmal schön den ganzen Bogen rumfahren. Wieder umsetzen. Und da wichtig. Fahrt ja nicht zu eng. Das ist in seinem Ziel. Genau. Das ist hier wieder das kleine Hindernis sozusagen, ne? Dass ihr da auf jeden Fall weit rauskommen müsst. Aber auch nicht zu weit. Dann seid ihr da hinten raus auch Lauf gegessen, ne? Also, das ist so der Streckenverlauf. Ich denke, das hat so seine schwierigen Stellen. Aber auch so ein bisschen, es ist nicht zu schwer. Also ich hoffe es jedenfalls. Es sieht ziemlich flüssig auf jeden Fall aus. Aber ich glaube so, diese eine kleine Kniffung noch kommt. Also ich glaube, wer hat das gesagt? Weißt du, die Idee, dass man einfach noch in der Zeit auf jeden Fall über das Ziel kommen muss. Genau. Aber ihr dürft nicht irgendwo nach dem Kopf jetzt wieder zurückfahren über das Ziel fahren. Sondern ihr müsst halt wirklich gucken, dass ihr die Runden so timet, dass ihr in der Zeit noch über das Ziel fahrt innerhalb einer Runde. Genau. Also der Lauf ist erst dann gültig, wenn mit einem Finish abgeschlossen wurde. Ne? Das ist ganz wichtig. Ansonsten kann man ja auch Gymkhana einfach so fahren, okay, man fährt nicht über Start und Ziel, sondern Yellow Henry streckt schon die Zunge raus. Ansonsten könnte man ja noch ein bisschen länger fahren. Ich vermute, dass es auf drei Runden hinauslaufen wird. Jedenfalls war das mein Lauf. Ich weiß nicht, was so ein Yellow Henry schafft. Der könnte vielleicht noch eine vierte hinkriegen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber Leute, achtet auf die Zeit. Wie viel Zeit hast du noch gehabt, noch drei Runden? So fünf Sekunden vielleicht. Ja, dann darfst du fahren vier Runden. Gut, aber ich bin halt auch nicht der beste Gymkhana-Fahrer tatsächlich. Also Leute, probiert es aus. Ich bin gespannt, wie viele Runden ihr da zusammenkriegt. Aber es ist halt wie gesagt ganz wichtig, mit dem Ziel, mit dem Finish wird der Lauf beendet. Und noch ganz wichtig, es darf kein rotes Target mit dabei sein. Das heißt, es darf keine Falscherkennung mit dabei sein. Bei unseren Tests hat das einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, dass es bei euch natürlich auch funktionieren wird. Also mit rotes Target meinen wir in der App, bei der Anzeige. In der Scoreboard sozusagen. Genau. Das heißt, es wird ja angezeigt, wenn man den Target falsch gefahren hat oder das nicht richtig erkannt wurde oder wie auch immer, dann wird das rot angezeigt. Genau, das sind so diese zwei Sonderregelungen. Der Rest ist eigentlich relativ offen. Trockene Fahrbahn, hatten wir gesagt. Motor, schnappt euch so viel Leistung, wie ihr wollt. Haut rein. Ich bin gespannt, ob das teuerste, weil ich ja gerade irgendwas mit teuer gelesen habe. Ob das schnellste, das beste ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Christian hat gerade mit dem Nissan ein bisschen probiert und meinte, ja, der macht schon ziemlich Bock. Bist du volle Leistung gefahren tatsächlich? Okay, dann bin ich gleich mal gespannt, was wir zu sehen bekommen. Habt ihr schon so eine grobe Punkte-Richtung? Habt ihr mal drauf geachtet? Also 13.000 ungefähr bei Christian. Bin ich mal gespannt, ob wir das auch nochmal zu sehen kriegen oder ob gleich der Kamera-Effekt wiederkommt und dann funktioniert wieder nichts. Es waren dann auch drei Runden bei dir, oder? Ja, also ich habe es auch mit drei Runden ungefähr. Man hätte vielleicht noch einen 360 geschafft, aber dann wäre es halt nicht gültig gewesen. Also der GTR ist crazy, schreibt der Tom Engel. Ja, der fährt sich schon ziemlich gut. Der ist besser als crazy. So. Was haben wir gerade für Kommentare? Yellow Henry feiert es auf jeden Fall. Peter Flopp sagt auch hier, top. So wollen wir das sehen. Oder brauchst du ein größeres Wunsch? Wie sollt ihr eigentlich Yellow Henry einen grünen Nicknamen? Weiß ich nicht. Du kannst das einstellen. Weil auch alle andere auch einen grünen Nicknamen haben vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein, du kannst das nie wieder einschenken. Achso. Ich bin mir da eigentlich nicht ganz sicher. Tatsächlich. Obwohl er, guck mal hier, in dem Chat hat er eine andere Farbe. Also das sieht nicht ganz gleich aus, ne? Okay. Ich weiß es auch nicht. Ist auch völlig egal. Leute. So. Bei mir ist er rot. Er hat überall eine andere Farbe. Ich glaube, das ist per Zufall. Ja, dann. Also, sieht gut aus, schreit der Rebel, äh, 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 wo ist der? Rebel, Re, Di, P, Redi, P, Redi, P, ich kann es nicht aussprechen. Rebel Rider BT oder sowas? Ich kann es nicht aussprechen. Aber freut mich, dass es euch gefällt. Ich würde sagen, da gibt es gar nicht mehr groß viel zu erklären. Wir schauen mal rein, wie das Ganze gefahren wird. Wir haben heute sogar einen Special Guest mit am Start. Ein einigermaßen spontaner Besuch hier aus einem, ja, wie soll man sagen, aus einer relativ großen Crew. Und zwar der RLP Crew haben wir hier heute einen Gast, äh, zu Besuch, äh, der uns mal einen Besuch abstatten wollte. Und haben gesagt, so, ja, komm, wir streamen nachher noch. Hast du nicht Bock, da ein bisschen mitzufahren und sich mit dem Christian ein bisschen zu betteln? Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Dann bleiben wir doch da. Und, ähm, äh, ja. So, bist du ready? Sollen wir die Leute noch raten lassen? Wir können auch mal hier um die Ecke holen. Ja, wenn du Bock hast, wenn du dich vor die Kamera traust, kannst du auch mal kurz vor die Kamera holen. Ist Benni da? Hm. Also, wenn ihr wollt, mach ich mal kurz Platz, dann kommt ihr mal kurz. Ich frage, kann dich eigentlich so aus, aus irgendwelchen anderen großen Crew treffen oder so? Äh, ja, ich glaube. So, und zwar hat uns heute der Randolf besucht aus der LP Crew und ich hab grad mal die mittige Kamera angeschaltet. Man sieht euch jetzt übrigens, ne? Leute, wir haben neue Kameraperspektiven hier. Ihr seht schon, wir haben jetzt mit verschiedenen Kameras aufgestockt von allen möglichen Seiten. Oh, Hottie haut schon wieder was raus. Eieiei, Hottie. Also, derjenige, der mit einem Benz die meisten Punkte holt, bekommt von mir einen neuen, originalen F10-Felgen-Satz geschenkt. Hottie, du immer mit deinen Challenges, ne? Jetzt aber die Frage, mit Mercedes am Ende des ganzen Wettbewerbs, wo auch die beste Zeit mitgefahren ist oder auch nebenher? Also, das eigene Wertung. Das muss die Hottie jetzt beantworten. So, die Jungs waren sich grad mal noch ein bisschen warm. Ich kann euch mal zeigen, was wir jetzt hier so für verschiedene Perspektiven haben. Also, wir haben natürlich immer noch unsere Topcam, die ihr natürlich schon länger kennt, ne? Die haben wir jetzt ja schon ein bisschen, ja, implementiert, ne? Das ist eigentlich so eine super Perspektive, um sich das Ganze anzuschauen. Wir sind schon so lange, ist nicht das der zweite Laufen? Zweite oder, ne, ich glaub zum Weihnachtstream hatten wir die auch schon. Wie auch immer, auf jeden Fall, wir haben diese Top-Perspektive. Dann haben wir hier eine Kamera, die von links auf die Strecke schaut. Also, ja, warte, warte, Christian, jetzt, so, jetzt haben wir, dafür ist sie ja auch perfekt, ne? Guck mal hier, mittige Kamera, 12.333 Punkte. Erster Run, also das ist, glaub ich, schon mal ganz gut. Ach, das solche. Hottie hat grad geschrieben, so, jetzt hast du deine Antwort, ne? Am Ende wird gezählt, also die beste Zeit am Ende vom Lauf. Hast du den Sound? Achso, ja, muss ich mal reinhören. Also, das heißt, wenn quasi der Lauf zu Ende ist, wird geguckt, welcher Benz, ja, die meisten Punkte hat, ne? Na, ne. So hab ich's verstanden. So. Dann hören wir hier mal rein in den Sound. Ah, da hören wir doch, glaub ich, schon was, oder? Hören wir da was? Ah, jetzt hör ich aber was, jetzt hör ich. Ein bisschen was hör ich schon, so ein Klicken hör ich schon. Sehr gut. Vielleicht klicken wir jetzt auch raus, oder? So, also, der Benz. Ja, Leute, also wenn ihr da gewinnen wollt, dann müsst ihr mit dem Benz fahren, ne? Das ist ganz klar. Der Lauf ist noch nicht freigeschaltet. Würde gewartet auch vor. Kein Problem, Leute, schalte ich euch frei hier grad im Hintergrund. Dittittip, Gymkhana Fly, zack, zack, nicht mehr verstecken. So, Leute. Evo la. Der Lauf ist ready. Warte, Link schick ich euch auch. Dann könnt ihr einfach direkt draufklicken, aber nicht den Stream schließen, Leute, ne? Nicht den Stream schließen. Mit 29, 90, 30, 0. So, also, hier wird sich noch ready gemacht. Ranalf steht da heute mit einem blauen Blue Blizzard am Start. Wo wir uns ja auch sagen, diese ganze tolle Technik, die wir jetzt haben, ne? Die haben wir ja wirklich gekauft für das große Jog-Event. Aber das kommt noch. Ja, Leute, Leute. Wir warten der Dinge, dass wir dürfen. Genau, also wir haben da immer noch keine klaren Angaben, ne? Und bevor wir da nicht irgendwas wissen, macht's auch nicht wirklich groß Sinn, jetzt die Riesenplanungen zu starten, ne? Aber ihr wisst natürlich bescheiden, sobald ihr irgendwas wisst. Ich höre auch Autos. Ich höre auch Autos. Ihr müsst mal sagen, die euch zu laut sind oder zu leise. Ich glaube, so dürfte es jetzt ganz gut sein. Ich glaube, so dürfte es ganz gut sein. Ich weiß, was war ein bisschen lauter. Ja, Party, Peter, da bin ich gespannt, ob alle so nah aneinander sind. Das wird sich zeigen. Weil es kommt auch wirklich drauf an, wie du die Targets fährst, ne? Es kommt nicht nur auf die Geschwindigkeit hin. Ich glaube auch, dass das nicht so knapp wird. Also, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Und wenn, dann haben wir vielleicht mal auch einen Punkt gleich. Ich werde auch mal ein Stück. Das wäre auch mal interessant. Obwohl ich glaube, das wird sich keiner geben. Die werden so hart kämpfen, bis sie die allermeisten Punkte gefahren haben. Voll, erster Lauf am Rand, Leute. So wie siehst du, sie muss ausgefahren werden? Ist eine gute Frage, tatsächlich. Ach so, Mitte, zack. Hier, was haben wir? 6102. Muss alles ausgefahren werden. So wie die Linie ist von der Strecke. Und wenn ihr bei Start und Ziel, äh, über, Start und Ziel. Wie heißt das Tag, wenn ihr bei Start und Ziel, was hatten wir da hingelegt? Da ist eine 180. Boah, Christian, du musst da den Turm ein bisschen leiser machen. Du hast, glaube ich, auch volle Lautstärke gestiegen. Mach mal so halb oder so. Ich kann hier auch lauter machen. Das ist kein Problem. Also wenn ihr am Ziel vorbei seid, auf jeden Fall nochmal eine komplette Runde. Nicht dann irgendwie zurückfahren. Okay. Christian probiert noch. Genau, also nicht einfach drüberfahren, damit ihr da irgendwie eine super Combo bekommt und weiter, dann geht es richtig. Ihr müsst schon die Linie fahren wie Eigezeit. So, jetzt probieren wir, dass wir den Turm ein bisschen anpassen. So, jetzt haben wir hier in der Mitte. So, jetzt haben wir hier in der Mitte. So, durch. Links. Okay, die Mitte müsste man vielleicht ein bisschen drüber machen. Ja, es gibt doch noch diese Kamera, die auf die Mitte guckt, aber ich dachte, dass sie ein bisschen mehr... Ich dachte, dass man jetzt hier sehen würde, wenn er durchfährt, aber... Ja, das sieht man nicht so gut. Okay, verstehe. Die müssen wir noch ein bisschen anpassen. Die Meist-Bekriebe. Hier kommt er jetzt wieder top. Stimmt, da kommt er so. So, das ist ja ganz schön stressig, wenn wir wieder erschrecken. So, jetzt machen wir Mitte. Stimmt, da bei Mitte kommt es so ganz andere, ja. Jetzt kommt wieder rechts. Jetzt kommen wieder links gleich. Also, das ist schon cool mit den verschiedenen Bestimmten. Aber vielleicht machen wir die mal alle so auf ein Bild, dass ihr alles gleichzeitig sehen könnt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal eine schicke Perspektive. Oh, gibt es aber. Das ist ja ein Missantiverausschatz. Ich muss mal die Bühne jetzt aufgenommen haben. Das ist ja sehr standardig. Oh, das hat schon ein Massage. Das macht richtig Spaß, einen zu schreien. Oder das ist ja ein Bewegungssensor, dass ihr das automatisch erkennt und hin und her schreibt, wie das Auto da vorne. Du brauchst noch so einen Sender im Auto. Aber ich merke schon, das gefällt euch mit den Kamerawechseln. Top. Guck mal. Achso, du wolltest auch mal um die Ecke gucken. Die Szene wollte ich gucken. Ach, die, die, die. Die Szene. Mit automatischer Erkennung wäre cool. Ja, das hätte was tatsächlich. Ja, mal schauen. Mega mit den Perspektiven. Toll. Also, ich finde das ja immer klasse. Wenn wir uns hier ein bisschen Mühe geben, dass wir den Stream mal ein bisschen interessanter gestalten mit verschiedenen Perspektiven, dass ihr das auch gut findet. Freut mich. Und darf man dieses Mal Bandenkontakt haben? Bandenkontakt gilt die gleiche Regel wie ihr und je. Wenn dann leicht das Streicher zu landen ist und es absolut kein Fortschein ist in der Bewertung, dann ist es okay. Aber letztendlich haben auch da wieder die Judges das letzte Mal das heißt, die der Meinung sind, der Bandenkontakt hat mir nicht gefallen, dann ist es nicht so. Und dann hat er Platzverzögen. Wie viel PS fährst du gerade, Lüdi? Aber das ist jetzt gerade, jetzt fährt er mit eurem Angriff. Also, du kannst ja vielleicht 1000 PS verzögen. Genau, mit dem Messer. Boah, also, das ist doch ein bisschen tricky mit diesem ganzen Bestpektiven zuseinander zu sein. Mach das mal bei einem 24-Stunden-Rennen. Boah, aber da wäre das schon, also, wenn du dich wirklich nur auf die Kameraperspektiven konzentrierst, dann kann das schon ziemlich cool sein, glaube ich. Aber so alles gleichzeitig ist ein bisschen stressig. Aber du weißt, was jetzt noch fehlt, ne? Die Onboard, oder wie? Ja, genau das. Das Kamerafahrzeug. Boah, das wäre auch noch was, wenn wir eine Onboard-Cam haben. Ach so, warte, Mitte, zack. 7.886 Punkte. Ja, ey, klassische Farben. Also, ich meine, man hat es schon ein bisschen gesehen. Christian geht natürlich ein bisschen aggressiver an das Ganze da dran. Fährt wesentlich enger um die Banden drumher und so. Aber ist natürlich auch überhaupt kein Problem. Wenn du langsam rangehst, dann wirst du auch immer besser, ne? Wenn du gleich versuchst, da auf volle Kanne zu gehen, dann wird das eh nix. Man muss sich da langsam rantasten und dann wird man Stück für Stück immer besser. Das haben wir jetzt genau gesehen, Christian. Ja, genau vor der Kamera, genau vor die Kamera. Der ist schon mal echt gut, der ist schon mal echt gut. Christian, wolltest du da jetzt immer einparken, oder? Ich suche nur noch mal eine Linie. Komm, wir schauen uns jetzt mal den Christian an, wie er das dann macht. Jetzt kann der sein Foto sein. Oh, der tut sich ja. Fängt dich das etwa ab, Christian? Du bist voll im Bild, man sieht nicht ganz gut. Ja, das sieht super aus. Aber da sieht man jetzt auch noch schön, wie die Leute mit dem Handy sind. Das finde ich ja auch mal ganz interessant. Wie ist die Haltung von dem Handy? Manche gehen ja so richtig mit. Und die ist wirklich auch mal interessant. Oder ist einer ganz cool, macht der so ein bisschen mehr Neues? Da hat man doch so einen Paddel an der Hand. Ja, ja. Oh, der ist ja schön, Christian. So, letzte Runde, glaube ich, fast, oder? Aha, Eingewin. 10 seconds. Das war jetzt auch schon gemacht. Aber wenn man da noch 10 seconds hat, also ich glaube, da wären vielleicht welche da... Ja, ich glaube, die schaffen vier Runden. Also, ich glaube, der Eingewin wird sich da so hinterherbeißen, dass er diese vier Runden da macht. Ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen. So, Abel. Kündigung. Klasse. Ich würde es gerne mal kurz ohne Kabel spielen. Ohne Kabel. Dann fahren wir ohne Kabel. Dann imitier den Sound bitte mit deinem Mund. Oder wie alle schön beim Nissan immer schreiben. Rappappappappappappappapp. Der GTL ist einfach zu schön. Ja, der ist echt klasse. Sponsert doch dem Löbi mal einen Drift-Rennoverwall als Berufsbekleidung. Ja, das hätte mal so einen Rennanzug, oder? Das hätte auch mal was. Ja, mein Brotard. Jetzt müssen wir mal auf die mittlere Perspektive schalten. Jetzt muss ich mal Christian anschauen. Der ist gerade voll im Fokus. Seht ihr das? Jetzt will er maximale Punkte holen. Das merkt man. Ich bin schlauig. Aber man merkt schon, das fixt an. Man will da einfach durchziehen. Aber Christian war schon richtig gut. Es sah gut aus, auf jeden Fall. Das war auch schon vorher die 12.000. Also beim Tippen muss ich mir das überlegen, sag ich dir jetzt schon. Ja, das ist immer auch von dem Halten ein bisschen anders dann, ne? Ja klar, das verstehe ich schon. Vier Runden wären pro Runde 15 Sekunden, ne? Da sind ja so, ich bin gespannt, bin gespannt. Also gleich, ich würde es verstehen mit den 15 Sekunden, ist schon echt knapp für eine ganze Runde, ne? Vielleicht haben wir es ja auch extra so drauf angelegt, dass es genau nicht zu schaffen ist. Wer weiß. Leute, es ist für alle Leute gleich, ne? Das ist, also von daher, welche Kameras nutzt ihr für die ganzen Perspektiven? Das sind alles, keine Werbung, ganz wichtig, GoPros. Und eine Lumi. Für uns. Genau, das ist unsere Facecam, genau. Genau. Also du bist mit der 13.600, 16.000 oder 13.000, ich weiß auch nicht, was das genau jetzt war, bist du zufrieden, erst mal? Den ersten Lauf hätte ich gerne gehabt mit dem, für mich das war. 13.000, aber wohl hätte ich gerne. Aber jetzt nochmal, wie war das letzte Mal das Teamspiel ausgelaufen? Also Martin hat gewonnen letztes Mal. Das haben wir ja im letzten Stream schon, haben wir ja den Abschluss gewonnen. Martin hat den ersten Punkt schon bekommen. Das ist interessant. Aber das war wirklich, das war, also wir haben alle sehr hoch gestapelt, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja tief. Oder sehr tief. Auf welcher Höhe ist eure Platte? Das ist eine gute Frage. Die ist so ungefähr... Normale Tische, oder? Wie so. Ja, das ist so nochmal ein bisschen höher vielleicht. Nee, so 70 Zentimeter, wie schon gesagt. Ja, doch, könntest du hinkommen. Lass es aus. Sekunde. Ah, du hast ja einen Zollstock da. Ja, 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 sehr gut. Alles zur Hand. Alles zur Hand. 86 Zentimeter hoch ist unsere Platte hier. Hat das ganz genau. Ja, Leute, so sieht der neue Lauf aus. Ihr seht schon, wir haben die Targets nicht hingeklebt. Da oben sind die ersten Targets schon verrutscht. Ja, ich bin echt gespannt, was so für Punkte zusammenkommen werden. Wir können ja schon mal unsere ersten Tipps abgeben, Peter. Also, wenn wir jetzt wissen, dass so 13.600 irgendwas war, glaube ich, bei Christian, ne? Machen wir es mal schriftlich, damit keiner mit dem anderen abguckt. Da wäre ich sehr dafür. Oh, so, Peter hat es dir sogar vorgesorgt. Der ist eben nicht, wundert mich, was das für ein cooler. Achso, du warst extra. Oh, okay. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ehe. Oh, mies. Es steht und fällt alles mit den vier Runden, muss ich gestehen. Wie viel bringt der, finde ich? Oh, blablabla. Zu 10 Prozent? Ich kann ja sagen, leider. Da bräuchten wir es Martin, Peter. Heute, ich frage gerade noch, Frage, muss das Ziel am Ende überfahren werden? Oder kann ich auf den Zielbonus von 20 Prozent verzichten? Nein. Eine Runde, also ein Lauf muss mit einem Finish abgeschlossen werden. Ganz wichtig. Deshalb wird das mit den vier Runden wahrscheinlich auch nicht klappen. Und ich meine, da kann man ja mehr den Fokus wirklich aus dem Ausfahren der Targets legen. Das müsst ihr euch ja bedenken. Das heißt, ihr habt keinen Zeitdruck im Endeffekt. Also, wenn ihr merkt, okay, vier Runden sind machbar, probiert es. Aber wenn ihr merkt, okay, ist absolut nicht machbar, dann versucht doch, die Targets so gut wie möglich auszufahren. Und dann, äh... Also, wenn du vier Runden fährst, dann hast du Zeitdruck. Also, definitiv. Ah, ich bin... Was schafft Yellow Henry da als Maximalpunkte beim 360? Das waren schon irgendwas mit 2000 Punkte oder sowas. Das hat er, glaube ich, schon pro Target oder sowas, ne? Guten Abend, liebe Leute. Guten Abend. Okay, ich gebe meinen Chip ab. Nicht gucken, Peter, ne? Hm? Nicht gucken. Hm? Hm? Ah, ganz schwer. Ich habe mich überhaupt nicht entscheiden bei dem Lauf, das gibt es gar nicht. Und dann wird es sich wieder verbessern. Ja? Okay, warte, warte, mittlere Kamera, zack. 9.003 Punkte, sehr gut. Ist doch klasse, so muss man sich langsam rantasten. Sehr schön. Leute, ich zeige euch meinen Tipp schon mal. Peter guckt gerade nicht hin. Das ist eine Acht übrigens, das ist gekritzelt. Das ist mein Tipp. Ich weiß nicht, liege ich gut damit, gebt mir mal einen Tipp schnell. Liege ich gut damit, muss ich höher oder muss ich niedriger? Peter hat es nicht gesehen. Sag mir mal schnell, muss ich höher oder niedriger tippen? Ich brauche jetzt eure Expertise. Von den Gymkhana-Profis. Nochmal. Ist das ein guter Tipp? Du hast schon getippt. Ja. Ist das ein guter Tipp oder muss ich höher? Höher oder niedriger? Ich mache einen Tipp zum Feier des Tages. Ich muss weg, wo die nicht so gut sind. Ja, du hast schon getippt, die haben es schon gesehen. Niedriger soll ich tippen? Nein, du hast getippt. Höher soll ich tippen? Ich sage höher. Wir können vergleichen, hier ist mein Tipp. Oh, was? Peter, was? Okay, also Peter meint es mal wieder gut. Ich bin gespannt, was Christian getippt hat. Eigentlich ist Christian zu gut gefahren schon. Boah. Nee, eigentlich müsste ich meine Tipp. Kann ich meinen Tipp nochmal zurücknehmen? Achso, warte. Bitte. Okay, Mist. Ich habe mich vertippt. Habt ihr gesehen? Ja, ja. 14.000. Okay, ich bleib bei meinem Tipp. Ghost, willst du in die Free Division eintragen? Dann zeig es gerade nochmal. Also Christian hat Free Division 14.281. Chris, du kannst deinen Tipp eigentlich sagen, weil wir haben schon getippt. Ja, also ich... Das haben wir auch schon geschrieben. Ja, und? Ja, also ich habe absolut falsch getippt auf jeden Fall. Na denn? Aber Peter ist, glaube ich, ziemlich gut mit seinem Tipp, weil Yellow Henry hat auch schon geschrieben, über 20.000. Ich habe gerade mal 14.983 getippt. Das ist viel zu wenig, ne? Dann Christian sagt 16.321 und Peter sagt 20.022 Punkte. So, wir brauchen aber Martins Tipp noch. Sonst ist Martin ja raus aus der Runde, aber der ist unterwegs, ne? Wir können Martin auch die Tage noch fragen. Stimmt, ist ja noch. Aber er darf davon nichts wissen. Martin, wenn du das siehst, ist es eh schon zu spät. Bist du raus. Okay, Ghost-Tipp 23.000. Boah, das ist heftig, das ist heftig. Ich trage das mal eben ein. Ich tippe, ich bin drüber, aber ich habe die Hoffnung, dass ich so weit drüber bin, dass es für die 16.000 so in der Mitte reicht. Dass mir über 18.000 irgendwas rauskommt. Text. Also bei Martin lasse ich den ersten Punkt stehen. Bei Martin trage ich jetzt erstmal hier eine... Ach nee, das sind jetzt ja Punkte. Das sind ja keine Zahlen. Ich würde sagen, Martin hat 30.000 Punkte. Okay, erstmal eine Null. Peter hat 20.000 und 22, ne? Jo. Ich habe die 14.000... Ich habe die in so eine ganz blöde Zahl jetzt hier genommen, ne? 14.900... Ja, die hatte ich ja schon. Ja, das ist das Problem, dass du die schon hattest. Ach. Typisch... Profi einfach. Christian, 16.321. Okay. Ja, aber du bist auch schon saugut gefahren und dazu noch mit dem Nizza mit 1.000 PS. Also... Schauen wir mal, was noch geht. 23.000 mal erst kosten 20.000. Was? 14.000... Kann ich überhaupt teilnehmen, wenn ich nur die alten Targets habe? Das ist eine gute Frage. Kann Peter was dazu sagen? Muss du halt dann entsprechend anpassen, also... Ist aber auch in den Regeln hinterlegt. Dann wird es ein bisschen trickiger. Mit den ganzen... Müsst man vielleicht nur mal ein paar Sachen nachmessen, sogar tatsächlich. Dass wir einmal messen von Bande bis Mitte statt Ziel. Und einmal... Ach so, stimmt, weil die ja länger sind, ne? Also da, wo die komplette Länge ist, das sind es glaube ich 3, irgendwas mehr, ne? Ja, das ist ein bisschen nur, aber ich weiß, ich habe es gerade auch ehrlich gesagt... Wir tragen noch ein paar Infos nach. Aber das kriegen wir noch raus. Ihr müsst halt nur gucken, wenn ihr die anderen Targets nehmt, dass die halt mit dem Beginn da liegen, wo halt die Rallycross-Targets auch anfangen. Also jetzt nicht mittig liegen von den Rallycross-Targets. Geht nur mit dem D1. Da bin ich gespannt. Ja, du hättest auch schon mit dem Nissan nicht machbar. Dann müsste es ja deutlich mehr sein, als Christian jetzt gefahren ist eigentlich. Na, schauen wir mal. Also da bin ich gespannt. Ja, aber... Ist aber auf der anderen Seite wirklich eine komplett vorgegebene Strecke, die wirklich nicht optimiert ist, also... Ich kann es echt schlecht einschätzen. Tatsächlich sind ja die Gymkhana-Profis, muss man ja fast sagen, ne? Die werden schon wissen, mit welchen Maschinen sie ihre Highscores rauskriegen. Ich sage mal so, es steht und fällt alles mit 3 oder 4 Runden. Also ich glaube auch realistisch gesehen wird das mit 4 Runden wirklich knapp. Also ich glaube, die 3 Runden sind auf jeden Fall machbar. Das ist ganz klar. Und es wird dann, finde ich, fast noch interessanter, wie viele Punkte man bei einzelnen Targets zu holen kann. Weißt du, wie man die Targets fährt. Du bist gerade 4 Runden gefahren. Warte, ich gucke noch mal. Okay. Also ich... Also Party-Peter, wie war das mit 4 Runden? Geht nicht. Ja, aber die Zahl war eben höher. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Schnelligkeit reingestellt, aber die Runde nicht so ausfahren. Das ist natürlich wieder der nächste Punkt. 13.494. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr im Kana-Profis. Ja, wenn man einfach nur schnell durchrast, das heißt ja nicht, dass das gut ist, ne? Schauen wir mal am Ende. Bin gespannt. Also aber 4 Runden, wir haben es gerade tatsächlich live gesehen. 4 Runden sind möglich. Weil dein Schniedelwurz wieder schreibt. Sorry, aber irgendwie lese ich schon. Ja, das ist uns aufgefallen, haben wir auch beim Service mitbekommen. Wenn ihr das habt, das Problem, einfach kurz bei uns melden, dann tragen wir den Eraser in die Datenbank nach. Das ist ganz schnell gemacht. Aber scheinbar sind ein paar Racer durchgerutscht. Alles gut, Partypeda. Ich meine, das ist auch nicht böse. Ja. Nein, ach Quatsch. Nein, ich bin echt gespannt, was da so für Punkte zusammenkommen. Aber ich glaube, dürfte ich nochmal tippen? Ne, 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 ne. Wir tippen nicht nochmal. Aber dürfte ich nochmal neu tippen? Ich würde jetzt auch auf jeden Fall über 20.000 tippen. Ich würde auf 19.000 tippen. Echt? 19? Ja, die Leute hauen verrückte Scores raus. Das haben wir mittlerweile einfach gelernt. Man darf es halt nicht unterschätzen. Klar, du kannst schnell fahren, aber schnell heißt nicht, dass du viele Punkte holst. Unbedingt. Klar, schnell ist noch gut, aber... Ja, Leute, also, was wollt ihr noch sehen? Tatsächlich ist der Vorstellungsstream immer relativ kurz. Beim Abschluss kann man sich immer richtig schön viel anschauen. Da gucken uns wieder natürlich alle Rennen. Auch ganz wichtig, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt euer Rennen fahrt und irgendwie was Besonderes machen möchtet, irgendwie eine schöne Aufnahme, alles gerne. Sagt uns Bescheid, da können wir dann am Ende des Laufes, das wäre dann, ich glaube, der 20.02. Also, wir starten am 2.02.2022 und enden am 20.02. um 22 Uhr, richtig? Fällt mir gerade auf. Äh... Bip, 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 bip. Was? Du müsstest nicht kommen, oder? Viel Spaß und Erfolg bei der Challenge. Danke, Danda, ich hoffe, du fährst auch mit. So. Und dann würde ich sagen, eigentlich sind wir im Groben und Ganzen durch. Hat noch jemand von euch was, das er gerne wissen möchte? Dann schauen wir gerne noch drauf ansonsten. Ich meine, wir haben eigentlich alle Infos euch mitgeteilt, ne? Wie gesagt, Lauf ist hier online. Ich schaue euch gerne noch mal den Link rein, dass ihr gleich zum Abschluss vom Stream noch mal direkt draufklickt und euch das anschaut. Kannst du jetzt noch eine Abstimmung machen, ob es ein Schmetterling ist oder ein Männchen, ansonsten ist gut. Ja, für eine Live-Abstimmung hätte ich jetzt aber, äh... Alles gut, alles gut. Ne, ich glaube, das kann ich über den, über den, über OBS nicht abstimmen, aber ich könnte theoretisch... Ja, 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 ja. Nein, okay. Lassen wir das mit der Abstimmung, lassen wir das mit der Abstimmung. Wir machen jetzt einen wunderschönen Finish. So, genau. Und jetzt alle, die wieder diesen Finish-Smiley haben, ne? Haut mal so häufig auf diese Taste drauf, wie ihr könnt. Christian, du hast ja eine Finish-Smiley auch. Ich meinte dich auch damit. Oder wie bist du raus? Ich dachte, du bist ja auch im Chat drin. Ne, der ist hier nämlich. Achso, achso. Da geht's schon los, da geht's schon los, der Finish-Smiley. Da seh ich ihn doch schon wieder. Sehr schön. Magneros Finger schafft drei mal. Wir zählen mit. Boah, Magneros haut schon voll rein hier. So will ich das sehen. Genau, Finish, 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 Finish. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, Randolf. Toll, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, ne? Ja, ich bin toll. Top, sehr schön. Wunderbar. Leute, ich wünsche euch was... Einen schönen Abend euch allen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Lächste Woche ist Let's Talk About. Richtig. Ja, genau. Richtig, richtig, richtig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.